Grüß euch, ich bin der Gabriel, ich bin im vierten Lehrer und ich lerne bei der Firma Heinzel den Beruf Elektrogebäude-Techniker. Wir tragen an dem Beruf die abwechslungsreichen Aufgaben, die wir haben. Wir schließen nämlich nicht nur Lampen- und Steckdosen an, sondern sind auch für die Brandmeldetechnik oder Überwachungssysteme sowie Kamerasysteme verantwortlich. Wir beim Heinzel, wir sind auch Gaser. Wir wirken schon relativ rasch eigene Projekte übertragen und können so Verantwortung übernehmen. Wir bei uns haben sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich zum Beispiel interessiere mich sehr für die Brandmeldetechnik und werde mich deshalb auch nach meiner Lehre in die Richtung noch weiterentwickeln. Wenn du eine gute Ausbildung und das bei einem von den besten Lehrlingsausbildern in der Region machen willst, dann wirb dich bei uns. Bis zum Beispiel. Bis zum Beispiel. Bis zum Beispiel. Vielen Dank.